Sie hat eine Meinung, wegen was Sie heute gelernt haben von der Mischpoche? Von der Mischpoche? Ich meine auch, zu stützen, was die Kinder wollen tun. Sie haben alle mal gestützt, was sie für Gewalt tun. Sie sind keinmalig gewesen, kein Gegendamm. Heute habe ich beschlossen, zu tun, was ich nicht verdient habe. Die größere Gelder haben sie alle mal gestützt und das ist auch gesagt, dass meine vertalte Mäste haben alle mal gestützt, was die Kinder wollen bei MS tun und nicht geguckt, wie viel man verdient. Man sollte zufrieden sein, was man tut. Und wenn ich mich kenne, kombinieren dem Hauptinteresse mit der Pannose, ist es wirklich gut. Und ich habe gehad maßel. Ich habe eine Arbeit in Jüdisch gefunden, wie ein Archivarchivist, fünf Jahre, wie ein Professor von Jüdisch in Texas, neun Jahre und wie ein Arbeiter in Vorwitz, ein Redaktor in Vorwitz, dreizehn Jahre. Ich meine, wie viele Menschen können verdienen, haben alle verdienten Pannose in jüdischer Kultur. Das ist nicht, das habe ich gerade in dem Sinne, habe ich gerade maßel. Ich habe eine Art und Weise, dass die Pannose in der 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 Pannose, und dann habe ichisesti das einmal Sachen gedre�nt mit Nobody withens Το-Bannre 호her von Berlin